Hallihallo Leute, ihr fragt euch, was tun wir schon wieder hier? Ähm, wo kommt denn diese Base her? Ja, zwei Stunden oder drei Stunden ist ungefähr Tag Force mal 100. Wir sind zu viert und wir haben einfach mal richtig dicke losgelegt. Hat noch Glück, es gab schon ein Elebiom. Und haben uns das kleine Dingens hier hingezimmert. Und ihr kennt das Loch, wir sind im gleichen Loch wie immer drin. Also mal wieder hier unter Wasser. Das ist unsere Defense nach zwei Stunden. Ja, hier geht es natürlich raus. Ihr kennt das ganze Spiel. Wir sind diesmal wieder Blackie, haben noch zwei Neuzugänge. Gucken wir uns mal an, wie das Ganze dann so wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Season. Und natürlich ist unser Motto mal wieder Raiden, 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 Raiden. Wir haben jetzt schon zwei Indie-Forture-Slot-Cap mit Zeugs. Wir haben Maywings, wir haben Stegos, wir haben Karbos. Also es wird richtig, richtig legendär. Ich glaube, ihr könnt euch eine super coole Season gefasst machen. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, denkt auf jeden Fall an den Daumen nach oben. Ja, und dann würde ich sagen, geht es jetzt mal richtig los. Tschüss. Wir sind dann rumgedüst und wollten auf den Hohen eigentlich Ehle holen, in diesem Höhlen-Dingen zum Vulkan da drin. Aber da stand eine Butze davor und um die wollten wir uns natürlich direkt kümmern. Ich muss immer, Ted, das ist auch eine Eigenschaft mit mir. Ich muss immer Stunke anfangen. Schießt es auf dich? Ja, ich wollte hier hinten mal kurz gucken. Okay, gut. Weil ich hab ein Schild. Ah ja, okay. Ich bin direkt unter einem drunter. Kann ich das schwerten durch den Berg? Das wäre das, was... Warum bräuchte ich nur einen Raketenwerfer, dann kann man hier unten... Ja, ja. Du musst einfach nochmal travelen hier, ne? Ja, ich kann ja hier kurz ein Bett platzieren. Wenn der Vulkan hier ausbricht gerade, kann ich die Sachen kurz... Das hört sich so an, ne? Dann hol ich mal kurz die Sachen dafür. Dann hat man wenigstens etwas zu tun in der Zeit. Ja, wir langweilen uns sonst so. Ja, die schießen einen sogar ab, wenn man unten langläuft. Kleinen Drecksackblasen. Guten Abend. Moin. Hallo. Moin. Na, alles fit? Dann warte ich jetzt hier, ne? Ja, danke. Selbst? Ja. Ich kann gerade Element holen. Wir haben die ganzen Raid-Tiere fertig gemacht und vorbereitet für den Raid. Wir brauchen für den Raid im Endeffekt eigentlich nur noch Ele. Habt ihr die Stegos denn mal weitergebreedet? Ist euch schon ein bisschen was Besseres rausgekommen? Ne, wir haben ja keine Ele, deswegen können wir ja nicht weiter machen. Ach, er muss kein Ele zumutieren. Er war seit vier Stunden jedes Mal im Ele-Bio. Das ist kein Ele, deswegen gehen wir jetzt nach Gen 1. Am Vulkan. Ich habe da extra schon zwei Doppelbettme und einen Transmitter hingestellt. So, jetzt erst mal Remi, Demi hier. Das war uns zeitig. Sind die weg? Achttausende hinten, ey. Noch einmal. Immer noch nicht weg, Alter. Ich habe einen guten Winkel. Alter, mein, dieser Tag-Anzug. Hast du auch solche Legs damit? Geht. Das hat mir meinen Tag-Anzug zerlegt. Aber gut, wie ich bin, habe ich mir im Shop dann erst mal ein neues Tech-Kit geholt, damit ich nicht da nackig rumlaufen muss. Juhu. Ich habe wieder eine Klamotte an. Hast du geboostet? Ne. Okay, ich auch nicht. Hier ist gerade einer geboostet. Ich sehe es. Siehst du ihn? Ja. Ein paar Hits gegeben. Okay. Weiß nicht, der wollte hochladen. Glaube ich. Okay. Da ist noch einer. Ah ja, ich sehe es. Ah ja, ich sehe die. Die alle beide. Aber ich habe, wie gesagt, keine Sniper dabei. Snipe der dich auch? Nö. Auah. Ach, du liegst. Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass du da liegst. Sorry. Sorry. Hose weg von ihm. Sehr gut. Er ist halt auf Render. Okay. Sie dann Turret weg? Hab wieder einen Hit? Mhm. Okay. Turret ist auch weg. Das, was mich hier envisiert, das... ...steht auf jeden Fall noch. Hey, bist du Isar? Hallo? Gaming. Was ist nur mein Gott? Ey, bist du Isar Gaming? Hallo, bist du Isar Gaming? Was willst du? Hallo? Bist du Isar Gaming? Fragt er. Bist du Isar Gaming? Bist du Isar Gaming? Ja, der stand neben mir hier anscheinend. Der stand neben mir! Ich habe ihn schon gesehen. Isar Gaming? Are you the real one? Wat willst du? Hörst du mich? Ja, ich hör dich! Wenn du... Wenn du... Hallo! Schieß einmal in die Luft. Nein, oder? Ey, wann kommt ein neues YouTube-Video? Es gibt manche Dinge, die hinterlassen mich sprachlos. Die Fragen... Ich bin auf jeden Fall sehr positiv von ihnen, dass sie die Fortweg machen. Da bin ich sehr dankvoll für sie, ja. Wieso? Hört ihr mich nicht? Hallo? Jetzt tatsächlich! Jetzt! Oh! Jetzt nochmal, als habe ich dich getroffen! Ey, wir haben schon die ersten Gegner, das ist nicht mehr normal. Äh, aber... Alter... Alter... Oh Mann, oh Mann. Wie läuft der White so bei euch? Der Fläten plötzlich steht draußen so. Was ist los, ey? Hä, was ist los? Also, wir bauen auf Fjordor, also. Auf Fjordor? Ja gut, Fjordor, guck mal, da sind wir jetzt eh gerade nichts. Wir haben andere Ziele, erst mal, ne? Ja, okay, perfekt. So, jetzt geht mal, sonst soll ich abschießen. Wir haben hier zu tun. Ja, alles gut. Also dann, wir liken und abonnieren. Sehr gut, danke schön. Tschüss! Ähm, das Filz hier ist weg, man kann jetzt von hinten drauf, aber ich krieg... Sehr gut. Sorry. Ich hab nichts um den Generalverkauf zu machen. Ja, ich hab, ich hab, ich hab. Ich bin jetzt wieder soweit. Ich musste dann erst mal Privatgespräche führen. Also hier kommt man hoch. Mhm. Die hatten Teleport bei uns. Wer hatte was? Die. Die. Und die ohne Hai hoch. Ach, du Sau. Die deporter hier in der Kale. Hatten wir da haben. Hatten. Was ist das? Ja, die versuchen Highlands Cave, Ragnarok. Gerade zu raiden, haben sie erzählt. Machen die das auf, Jan? Also 18 Ede waren da drinnen. Okay. Ich schätze mal, die wollen, ähm, Ede fahren, um ehrlich zu sein. Aber die stört die Fopp hier, die wir wegmachen. Die haben sich gerade bei uns bedankt. Jetzt könnt ihr gleich keine Schatz mehr fahren. Ja, okay. Den Tresor jetzt auszumachen dauert lange. Aber nicht... Äh, äh. Scheiße, Mann. Also ich hab jetzt von den ganzen Bags hier 190 Schuss. Ja, ja. Also... Ich mach's nur noch... Lohnt sich nicht. Nee, nee. Aber das ist Stripe-Score. Nee, du kannst ruhig schon mal reingehen. Geh schon mal rein, hol den Strider raus. So. Wir waren auch noch mal 100 Schuss drin. Yay. Ah, der Ward lohnt sich nicht. Okay, gut. Wir können. Aber die haben nicht auf mich geschossen. Ich hab schon gedacht, die schießen jetzt bestimmt, aber nö. Ich war mal wieder so vertrauenssinnig. Das geht mir leider immer so. Ich bin ein bisschen blöd. Aber die schienen mir so freundlich. Und wenn jemand so freundlich ist, kann ich nicht auf die schießen. Das geht nicht. Wir müssen weiter rein. Hier ist nix. Eigentlich fangen wir mal hier unten schon an. Da unten sind welche. Sind das die? Nee, da kämpft jemand. Unter uns. Die formen da ab. Sind das die? Isa, wir formen nur. Bitte nicht töten. Danke. Ey, wir wollen hier formen. Ihr was macht? Ja, sorry. Wir brauchen auch Ele. Wir sind knapp bei Gasse. 100 Ele noch im Bett. Mann, 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 Mann. Und wie kommt er raus, Schwarz? Aus deinem... Gut, was. Kriegst du es? Komm schon Visier an. Der Visier nicht hatten. Leider gab es für uns so gut wie gar nichts da zu holen. Das war alles schon leer gefarmt. Wir hätten die Ohio-Typen töten sollen. Mann. Hm. Ja gut, das ist besser als nix. Was sollen wir machen, ne? Können wir nur warten, bis es wieder nachkommt. Bei Fjordor habe ich jetzt auch keinen Bock, da in die Cave zu gehen. Da werde ich jedes Mal abgefuckt auf Tech Force. Das ist auch übel belastend. Ganz schwarzen Perlen nehmen wir auch mit. Die kommen auch gebrauchen. Ja, Satz mit X. Das war wohl nichts. Bis bald. Trotzdem noch weiter auf Gen 2 hoffen. Mhm. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und auch für euch die Hoffnung auf einen Raid. Den gibt es dann nämlich in der nächsten Folge. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. 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 Ja.